Freunde ich bin wieder GamerMusli. Ich zock für euch wieder Black Ops und fangen wir mal an. Heute zock ich für euch Waffenspiel und ja. Ich bin wieder auf der Karte. Ich bin wieder auf der Karte. Ich bin wieder auf der Karte. Eine Dunkelheit. Und fangen wir mal an. Na ja. Das gibt's doch nicht. Von der Seite ey. Das gibt's doch nicht. Hey, die kommt immer von hinten nach. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Was sind die denn? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Hab doch voll gekriegt die ganze Zeit. Ganz nicht auf den Rücken. Immer von hinten. Ich bin nervt. Ich bin nervös. 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 wirklich das gibt es doch nicht freunde eigentlich bin ich bei dieser schaltwaffe nicht geblieben raketwerfer es gibt doch nicht ja geil mit dieser schweizwaffe geblieben die waffe ist ein rot feind ist bei der letzten waffe geil auch nicht geil los wirklich die runde war echt schlecht freunde ja 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 okay was die haben angefangen es gibt es doch nicht ja wo sind die denn vor mir vor mir war einer ja wo denn ich finde keine wo ich freunde die wissen ich meine runde überhaupt nicht meine runde überhaupt nicht die haben angefangen ich finde keine nervig die 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 Immer von hinten, da. Oha. Oha, ey. Ja, ich bin wieder bei dieser Scheißwaffe geblieben. Ey, ey, das gibt's echt nicht. Das gibt's doch echt nicht, ey. Das gibt's doch echt nicht. Wirklich. Los geht's. Das gibt's doch nicht. Aber vierter geworden. Nicht schlecht. Vorhin war ich 8er und jetzt wieder. Nicht schlecht. Aber nicht schlecht, Freunde. Für der Platz. Obwohl die Runde nicht nur angefangen hat. Echt, ey. Also, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Und vergesst nicht zu abonnieren. Und ja, das war's von euer Gamer Mousse hier.